Zipau! Aber, wer sind Sie denn? Ich, ich bin Maria. Das neue Dienstmädchen. Das kann nicht sein. Wo ist Germaine? Vielleicht würdet ihr erstmal guten Tag sagen. Germaine hat uns verlassen. Von wegen, ich wette, ihr habt sie rausgeworfen. Das ist unter aller Sau. Erst beutet ihr sie jahrelang aus und dann setzt ihr sie vor die Tür? Erstens, haben wir sie nicht ausgebeutet, wie du sagst? Und außerdem hat sie beschlossen zu gehen. Wer ist die andere da? Die andere ist Maria. Sie ist Spanierin. Ohne Witz, eine Spanierin. Was, ihr beschäftigt eine Spanierin? Stimmt genau. Ich verlange von euch, dass ihr sie anständig behandelt.